Die beiden Jungen liefen auf dem hohen Kamm in der Mitte des Forstwegs und mieden die schlammigen Fahrspuren links und rechts. Holzfäller waren mit schwerem Gerät die provisorischen Wege entlanggerollt, die riesigen Kettenräder hatten tiefe Furchen in die weiche Erde gepflügt. Die Männer hatten sämtliches verwirrtbares Holz mitgenommen und nur die unbrauchbaren Stämme stehen lassen, die Jungen, die Verstümmelten und Verwachsenen, die Morschen und Kranken. Die Jungs bahnten sich ihren Weg durch das Gewirr von liegen gebliebenen Ästen, die jetzt den Waldboden bedeckten. Die Sonne brach durch das lichte Blätterdach und brannte ihnen ins Genick. Terry blieb mit der Schuhspitze am gekappten Ende einer vorstehenden Wurzel hängen und kam für ein paar Schritte ins Stolpern. In seinem Rucksack schepperte es. Der andere Junge wich der gespaltenen Wurzel aus und stagste schnell um einen kleinen Birkenstumpf herum. Terry war einen Kopf größer als der Junge und anderthalbmal so breit, doch er trug seinen Körper wie einen zu großen Anzug. Der Junge war noch klein und leichtfüßig, was ihm aber nicht gefiel. Er sah auf Terry und wollte auch so gebaut sein. Terrys Hals und seine Arme waren dick wie bei einem Mann. Der Rucksack hing wie ein Kinderspielzeug auf seinem breiten Kreuz. Terry stolperte erneut. Scheißkram, sagte er. Er sprang über die äußere Fahrspur und setzte sich auf einen dicken Baumstumpf. Das geschnittene Holz war noch hell und weich. Weißes Sägemehl klebte an dem welken Laub am Boden wie erster Schnee. Terry beugte sich vor und griff nach seinem Schnürsenkel. Er trug die Stiefel offen und unverschnürt, wie es an seiner Schule Mode war. Jetzt streckte er das Bein, lehnte sich zurück und zog den Senkel straff. Er band eine Schleife und nahm sich dann den anderen Schuh vor. Der Junge musterte Terrys Hände und Unterarme, während er den Senkel anzog. Sie waren dicht behaart und die Haare waren genauso rot wie die kurzgeschorenen auf seinem Kopf. Die Arme des Jungen waren nichts dagegen. Seine wenigen Körperhaare waren blond und dünn. Terry stand brummend auf. Er sprang wieder auf den Weg. Der Junge war zwar ein halbes Jahr älter, doch Terrys Statur machte ihn zum Anführer in diesem Labyrinth der Holzwege. Als Terry nicht weiter wusste, zeigte ihm der Junge, wo sie langgehen mussten. Er hatte schon als Kind mit seinem Vater und seinem Onkel auf dem Darling-Gelände gejagt. Vor einigen Jahren aber war Mr. Darling gestorben und seine Kinder hatten das Grundstück an einen Bauunternehmer verkauft. Innerhalb von Wochen waren die 400 Morgen von Zutrittsverbotsschildern umstellt. Innerhalb von Monaten war das Land parzelliert und der Bauausschuss der Stadt bekam Pläne für ein halbes Dutzend feudaler Wohnsiedlungen vorgelegt. Tatsächlich waren die jungen Eindringlinge, aber es war niemand da, der sie dabei erwischen konnte. Als es mit der Wirtschaft immer mehr bergab gegangen war, wurden die Erschließungen gestoppt. Die dröhnenden Betonmischer hatten ihre Fahrten in die neue Wohngegend eingestellt. Die Scharen der Zulieferer waren verschwunden. Der Mercedes des Bauunternehmers kurfte nicht mehr durch die Stadt. Man munkelte, dass ihm nur das Geld aus der jüngsten Holzernte geblieben war, um die Zwangsvollstreckung abzuwenden. Die Jungen kamen auf der Lichtung von Woodbury Heights heraus, dem letzten Siedlungsprojekt. Der Erschließer hatte die Straße in den Wald hineingetrieben, sie asphaltiert und sogar noch mehrere Bauparzellen anlegen können, bevor die Konjunkturflaute kam. Jetzt verunstalteten Berge von Erdreich und ausgegrabenen Felsblöcken die Landschaft. Entlaubte Bäume lagen herum, die Wurzeln grotesk in die Luft gestrickt. Das tiefe Schwarz des neuen Straßenbelags hob sich von dem chaotischen Gesamtbild ab. Die Jungs gingen zu dem Bachdurchlass am Ende der Straße. Die pralle Augustsonne hing über ihnen und der Asphalt warf ihre Glut zurück. »Bist du sicher?« sagte der Junge. Terry nickte. Er nahm den Rucksack ab und holte drei Glasflaschen heraus. »Woher weißt du das?« »Von meinem Bruder«, antwortete Terry. »Zwei Teile Benzin, ein Teil Öl.« Er zog drei Socken hervor und machte in jede einen Knoten. Er drängte die Socken mit dem Gemisch aus den Flaschen und drückte sie bis zum Knoten hinein. Dann ging er zum Straßenrand und wischte sich am hohen Gras die Hände ab.